Das bin ich, Verena Pladek, 42 Jahre jung, gerade beim Stöpfen von der Hose von meinem Sohn. Andreas, mein Ehemann, 45 Jahre jung und schön ziemlich lang auf Shop suchen. Meine Tochter Racine, 16 Jahre alt, sie bessert sich ihr Taschengeld mit der Nachhilfe auf. Das sind unsere Zwillinge, Vincent und Roxanne, und beide sind super Jodoka. Und auch wenn die Zeiten schon mal rosiger waren, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind die Pladeks. Im Berliner Stadtteil Spandau wohnt die Familie Pladek in einer Neubausiedlung auf 135 Quadratmetern. Hausfrau Verena ist meist den ganzen Tag zu Hause, genau wie ihr Mann. Andreas ist arbeitslos. Der Hartz-IV-Empfänger sitzt wie so oft am Computer und schreibt Bewerbungen. Was machst du denn jetzt gerade hier? Ich guck jetzt gerade mal die E-Mails nach, ob ich Antworten bekommen hab auf die Bewerbung. Und weil ich die jetzt nicht bekommen habe, ruf ich die bei der Firma nochmal an und guck mal da was. Kannst du bitte nur unterbringen, das steht schon vorne am Eingang. Ja, mach ich gleich. Ich mach das kurz nach vorne und nicht runter. Mann ist gleich. Wenn ich reinguckt habe ich. Okay, bevor ich telefoniere. Ja? Gerne. Bitte bevor die Kinder auf die Schule kommen. Ja, auf alle Fälle. Hallo Frau Butz. Glad ich grüße Sie. Frau Butz ist sehr lange heute um Hause. Wissen Sie schon etwas in der Bewerbung von mir? Immer noch nicht. Das haben wir letztes Mal schon erzählt und dann habe ich ihn ja probiert zu bekommen, aber dann haben wir ihn ja noch nicht bekommen. Wie wollen wir denn verbleiben? Ist denn die Stelle jetzt besetzt bei Ihnen schon oder immer noch quasi zur Ausschreibung? Zeig telefoniert. Meine Bewahrung liegt immer noch auf dem Tisch und der Herr Weber ist wieder nicht mal Hause. Bei Wagner heißt er ja. Ich melde mich noch mal bei dem. Der schärfste Bewerber, der schon da war, ist der Yang. Ist weg. Na ja, gut. Toll, wa? Gut, okay. Dann bring du jetzt den Müll runter, damit der endlich weg ist und guck mal bitte bei den Kindern nicht, dass da ihre ganzen... Nein, die haben hier Müll nach vorne steht. Und die Katzenmüll wird da auch. Ja, der steht schon vorne. Ach, der steht auch schon vorne. Der ist schon da. Und dann guck mal, ob du das bist und... Ja, okay. Und verquatscht dich nicht wieder da unten mit Gerd, unserem Hausmeister. Ja, ja. Super. Also eigentlich könnte ja mein Mann ein bisschen mehr im Haushalt helfen. Der ist ja nicht so... Ja, eigentlich ist er faul. Wenn ich ihm sage, bring den Müll runter, ja, macht er ja. Aber das dauert. Und er den dann so runtergebracht hat, na ja, denn... Der ist eben so... Mit Haushalt hat er eigentlich nicht seinen Mut. Der saugt ja auch mal und... Aber irgendwo... Die Kinder sind schon mal so. Papa, mach doch mal. Papa, warum muss denn Mama mal alles machen? Du bist doch genauso zu Hause. Du bist auch arbeitslos. Warum machst du denn nicht? Immer muss Mama. Ja, und... Also irgendwie ist das nicht so schön. Sortieren. Eigentlich helfe ich ja noch, zu wenig im Haushalt ein bisschen Müll runterbringen. Ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, gerade wenn man runtergeht. Aber ja, was sollt. Ich bin eben so. Familie Pladeck hat monatlich knapp 950 Euro zum Leben. Vor Andreas' Arbeitslosigkeit waren Urlaubsreisen oder auch kostspielige Hobbys der Kinder kein Problem. Ich bin so stolz auf, dass meine Kinder auf dem Gymnasium sind, dass sie das schaffen von der Leistung her, ja. Das sind ja nur hohe Ansprüche und... Ich will sie auch dabei halten. Und dann haben sie natürlich auch irgendwelche Ansprüche und ich kann denen teilweise die Ansprüche eben nicht so rüberbringen, ja. Ich kann die nicht einfach erfüllen. Gerade weil wir ja nun erst arbeitslos und ich bin zu Hause als Hausfrau. Ich habe nie gearbeitet in meinem Beruf. Braucht ich ja nicht. Er war Spitzenverdiener. Er dürfte ja etwa den. Und jetzt? Ich sitze mal zu Hause und... Naja. Hallo! 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 Na, die haben sogar alles mitgebracht. Ach, habt ihr eine Trockenunterricht? Ja. Hat sie schon Schluss gehabt, ja? Ja. Super, und wie war es in der Schule? Ja, wie immer. Ganz toll. Ja. Tochter Racine, die Zwillinge Roxanne und Vincent und auch Racines neuer fester Freund Alex kommen aus der Schule. Obwohl wenig Geld da ist, sind Gäste bei den Pladex immer willkommen. Da kommt es natürlich auch an, ob dann drei Kinder da sind, da kann ein Freund mitkommen. Manchmal haben wir die doppelte Anzahl da, weil jeder ein Freund mitbringt, dann wird ihm noch ein Stuhl an den Tisch gestellt und ein paar Teller mehr auch gestellt und dann wird ihm... Es geht immer. Kinder! Komm, Pizza machen! So, was wollt ihr denn überhaupt alle drauf haben? Ach, alles. So, warte mal, jetzt habe ich erstmal Zwiebeln. Was noch? Oder wollt ihr noch? Auch die 16-jährige Racine spürt die Folgen der Arbeitslosigkeit ihres Vaters. Die finanzielle Situation finde ich eigentlich schon ein bisschen belastend für mich, weil ich sehe halt schon, ja, Taschengeld ist nicht so viel da, wie jetzt vielleicht andere kriegen würden. Und vor allem, wir kriegen dann auch von unseren Großeltern noch ein bisschen was. Zum Beispiel die Monatskarten kriegen wir von ihnen, weil wir das sonst auch wirklich nicht schaffen würden irgendwie so. Und ich sehe eigentlich auch keinen Ausweg daraus. Was macht der Papa? Der... Der muss auch essen. Ach ne, der muss ja nicht los. Papa, kommst du auch mal essen? Ja. Meine Wurst ist fertig. Weiß ich nicht. Ich hab die Pfanne hier und... Oh, ihr seid ja schon fast fertig. Nee, noch nicht. Klar tut mir das leid für meinen Vater, weil es ist halt wirklich, wenn man nix macht, also ich krieg das ja schon mit. Wenn ich nix mache, ist mir absolut langweilig und ich fühl mich auch, weiß nicht, so, ja, wertlos so ein bisschen so, weil mit mir ist nix anzufangen. Und für meinen Vater ist es wirklich jetzt schon so lange und wenn man die ganzen Absagen kriegt, jetzt von den Jobs oder so, und deshalb, also es tut mir wirklich eigentlich nur leid. Er wird jetzt nun mal mit jedem Jahr älter und man will halt keine älteren Leute da einstellen und dadurch kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie in den nächsten Jahren anders wird. Andreas Pladeck ist gelernter Zimmermann. und hat in den letzten fünf Jahren mehrmals den Job verloren. Unter anderem durch eine Nervenerkrankung an der Schulter, die er sich durch eine verschleppte Grippe geholt hat. Für mich hieß es letztendlich, nachdem ich nach einem Dreivierteljahr eigentlich wieder hätte arbeiten können. Also es war wieder so, dass ich schmerzfrei war. Zwar war die Krankheit nicht ausgeheilt, aber ich war schmerzfrei. Ich hätte wieder Auto fahren können, alles. bis ich mich wieder erneut beworben habe und überhaupt nicht mehr in den Markt reingekommen bin. Wir sind jetzt leider in die Schiene mit reingekommen, dass wir Sozialgeld 2 kriegen, nennt sich ja Arbeitslosengeld 2, und dass wir in dem Sinne, ja, Sozialhilfe vermichtet. Das ist nichts anderes. Und das ist, naja, das ist für mich eigentlich nicht so. Da habe ich mir gedacht, da kommen wir eigentlich nie hin. Die Eltern wollen für den morgigen Zwillingsgeburtstag einkaufen. Auch hier müssen sie rechnen. Äh, ja, warte mal. Was für ein Kindergeburtstag? Morgen wieder, wenn die Erdbeerkuchen haben? Nachher kriegen Sie Erdbeeren? Nee, die hole ich immer morgen frisch, oder? Ach so. Ja, doch, ja. Oder wir müssen heute Abend essen, wenn wir jetzt günstig werden. Nach 19 Uhr. Das war heute Abend, heute Abend nicht. Ich muss zum Elternabend und natürlich zum Training. Ich klappe heute Abend nicht. Wenn ich für einkaufen gehe, ist es so, dass ich mal gucke, wo kaufst du am günstigsten ein. Welcher Discounter hat jetzt gerade irgendwelche Angebote? Das ist genauso wie beim Müsse oder beim Obst. Es gibt ja immer noch Preisunterschiede. Und ich meine, der Euro ist ja nun mal leider teurer geworden als die D-Mark. Und da muss ich natürlich doch sehr rechnen, weil wir haben einfach nicht die Anpassung von den Gehältern oder Löhnen oder was wir nun in Hartz IV kriegen. In der Arbeitslosengeld II ist leider nicht die Anpassung da. Und da muss ich natürlich viel auffangen mit. Nehmen wir Bananen mit, ja? Ja. Ich finde die ganz schön teuer. Willst du nicht? Ja, dann nehmst du nur drei mit. Nehmen wir jetzt nur drei erstmal mit. Worauf achtet ihr beim Einkauf? Na, jetzt zum Beispiel Bananen sind jetzt bei 1,15. Wenn wir jetzt theoretisch ein bisschen warten, wären sie zum Abend wahrscheinlich günstiger. Und zum Wochenende auf alle Fälle. Bei der Menge, die sie da haben, guckst du, wie viele da sind und ob sie alle verkaufen. Und da kann es auch aussehen, dass sie genauso wie teilweise. Wenn du jetzt abends gehen würdest, stehen an den, so gegen halb acht, stehen überall die verpflichteten Preise dran, dass man im Grunde ja günstiger einkauft. Die Lebensmittel für die fünfköpfige Familie kosten knapp 150 Euro pro Woche. So, auf manche Leckerlis müssen wir schon verzichten. So ein paar Sachen, was, jetzt zum Beispiel, wir haben es ja immer Montcherie oder so Ferrero-Kürzchen, die sind mir momentan zu teuer. Kann ich mir einfach nicht erlauben. Die lasse ich mir dann schenken, zu Ostern oder zu Geburtstag. Oder wenn die Kinder irgendwie Muttertag, dann so halt mal. Weiß nicht weiter schlimm. Hauptsache, die Kinder werden satt. Das ist wichtig. Zuhause gibt derweil Tochter Racine Nachhilfeunterricht. Fünfmal die Woche bessert sich die 16-Jährige so ihr Taschengeld auf. Am besten Schuhe gleich draußen ausziehen. Das ist sonst alles sandig. Ich setze mich da einfach schon mal auf den Stuhl, ich setze mich mal auf den Hocker. Ich darf unbequem sitzen. Ja. Meine Große zum Beispiel macht Nachhilfe. Da spart sie sich was zusammen. Und das ist dann so, wo die dann, wenn sie mal was haben wollen, ins Kino gehen, bezahlen sie davon. Kann ich sagen, mit den Kindern kommen wir ihnen heute mal Eis essen. Ist nicht mehr dran. Wenn ich Sachen kaufe, überlegt sie zweimal, brauchen sie das? Brauchen sie das nicht. Vincent zum Beispiel. Ich bin ja auch so, ich repariere viel. Vincent ist durch sein Fußballspielen. Seine Knie sind ewig kaputt. Ich setze mich ewig in eine Nähmaschine, nehme irgendwelche Flicken und nähe die wieder auf. Weil ich mir das einfach nicht erlauben kann. Der nächste Morgen. Die Zwillinge Roxanne und Vincent feiern heute ihren 13. Geburtstag. So üppig wie früher fällt der Geschenketisch nicht mehr aus. Jetzt müsst ihr ja eigentlich ja noch ein bisschen rücken. Hallo, wo sind denn meine Geburtstagskinder? Ein Thomas schon. Hallo. Hallo. Morgen. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Mein kleiner Teenager und noch ein Teenager. Oha. Oha. Eigentlich bin ich noch zwölf. Nee. Ich wette, dass du um 13 Uhr noch was. Stimmt, ja. Stimmt. Winzen wird ja noch zwölf. Wir können ja noch so lange warten, dann machen wir alle wieder zurück. Und wenn er aus der Schule kommt. Ich hab die anprobiert. Ich stand da. 14 Tage Sockenhünzen. Papa muss sie mir. Ich hab sie mir rum. Hast du das auch schon gelesen? Ja, hab ich gelesen. Ich fühlte es erst mal. Ich fühlte es mir auch schon von Tänisch. Oh, das Zimmer sieht ja auch schön aus. Danke. Ja, ich weiß ja, was du möchtest. Was du haben willst. Was? Oh, das ist ja auch schon mal. Danke. Sag mal, ja, deine Schwester die ausgesucht haben. Schön, oder? Ja, müssen wir mal. Nein, machen wir Einlegesohnen drin. Wir haben nicht mehr so viel die Möglichkeit, denen großartige Geschenke zu machen. Winzen hat noch ein paar Sachen zugekriegt, die die Braucher eh. E, Roxanne. Okay, sie reitet ja jetzt gerne. Sie hat jetzt mal eine Weste gekriegt, ein paar Gummistiefe, ihre alten passen nicht mehr. Ja, müssen wir sehen, wie wir weiter auf der Reihe kriegen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Die Roxanne und Winzen. Ja, Happy Birthday to you. Heißt nicht euch. Euch aber. Aber das müssen wir ja zweimal sehen. Richtig. Wenn ich die Zukunft meiner Kinder sehe und da Verena jetzt sehe, die wirklich als, da passt das Wort Familienmanagerin, hier Altmanagerin, die Frau nicht hätte, denn wäre die Familie so nicht, wie sie jetzt ist. Die also im Grunde den Kindern das Gefühl gibt, dass wir hier alles noch im Griff haben. Es ist schwer, es geht aber noch. Es wird also hier spart, da gespart, man probiert Gelder zu schieben, wann ist was wichtig. Es darf sich bloß nicht so weinen, dass die Familie sich gerade arg verschuldet. Hier ist ein Freitag. Nein, wir haben die Familie jetzt auch nicht schon mal gegessen. Okay. Nein, wir gehen jetzt schon mal. Tschüss. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Neben der finanziellen Belastung beschäftigt die Pladex noch ein weiteres Problem. Äh, Butzi? Seit acht Jahren haben sie immer wieder Schimmel an Decken und Wänden. Kommt sie nach? Besonders betroffen ist das Zimmer von Tochter Ransin. Eine Klage gegen die Hausverwaltung läuft bereits. Was? Den Text. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Die Klage. Wie sieht ihr euch aus dem Streit mit dem Vermieter? Wer hat Schuld? Oh. Und mit dem Rollen und da links. Wie sitzt da drunter sie? Äh, aber es drunter eigentlich. Ihr könnt es heute mit abziehen. Es ist genau da nose. oben nose. Und hier drunter. Ist er noch fest. mir liegt es am herzen wegen meiner großen tochter weil sie allergikerin ist und sie hat schimmelsporen wo sie allergisch darauf reagiert ob es nun diese schimmelsporen sind das weiß ich nicht und das natürlich da möchte ich schon dass man da irgendwie ein bisschen was macht dass wir zumindest mal renovieren können dass da endlich was passiert also das risiko möchte ich nicht unbedingt einnehmen das war jetzt hier etwas falsch machen die wir dann auf ihn haben also lieber jetzt haben wir so lange warten müssen jetzt können wir noch mal 14 tage warten er durfte nicht mehr dauern gutachten sollte schon da sein muss ja versicherung muss bezahlen und was ist jetzt mit dem gericht und wenn das gut achten aussagen wir sind unschuldig dann mag ich das schon fängt an dann mag es ab und dann würde die richter sagen dass wir gut das muss gemacht werden wir haben recht dann machen wir das noch mal neu dann ist mit der jahre weil man sieht was er sagt ich werde es ja sehen was er jetzt rufst du wirklich den anwalt an ja jetzt gleich wenn es ich vergessere den uns wieder also gleich und damit alle ganz gleich dabei bleiben dann bräuchte ich nicht doppelt machen ich wollte mal nachfragen mit unserer angelegenheit mit unserem vermieter jetzt mal ad hoc eventuell ein paar tapeten abmachen weil da der schimmel darf den schimmel ein bisschen wegwischen ob das okay wäre wenn wir es jetzt nach dem das gut achten geschrieben ist schon machen würden ohne uns da weit mal schlechtere karten zu geben wir bekommen besagt schuld an dem schimmel an wir wir vertreten die meinung es sind baumenge zudem hat es ja letztendlich schon rechtsstreit gegeben mit richterlichen gutachten soweit es jetzt nicht erwarten was kommt bei den gutachten raus danke tschüss also sie haben es einmal angemahnt bei der versicherung die war ja ehrlich haben es noch nicht bearbeitet gehabt die bearbeiterin ist im urlaub die kommt aber wieder und bis donnerstag ist erneut der termin vorlage der anwalt ist nicht der samstagmorgen die 13-jährige roxen ist erfolgreiche judoka und hat heute einen wichtigen wettkampf an solchen tagen muss sie auf das frühstück verzichten also vor dem turnier frühstücke ich meistens eigentlich nicht weil ich sonst mein gewicht nicht habe und ich nicht in der nächsten gewicht gewichtsklasse starten will weil die dann meist so drei vier kilo drüber also mehr haben als ich und deswegen frühstücke ich eigentlich morgens nicht ich meine es nicht wäre turnier also ja schon recht hochrangig wer hat das auch gehört krüger krüger ist auch da ja wieder beobachtet ja genau was ich das wo sie sich irgendwie qualifizieren muss für nordrhein-westfalen oder wir haben ja kinder die heute noch nach der liste drauf ja du bist schon nominiert aber wir werden noch kinder eventuell ausgesucht die nach mir das kann ich heute eigentlich theoretisch gesehen verlieren theoretisch könntest du verlieren ja aber ich stehe es ja morgens nicht auf um zu verlieren oder jetzt bei we are family roxen beim judo turnier schafft sie es ins finale im fünften stock einer neubausiedlung in berlin-spandau wohnen die pladex die fünfköpfige familie lebt von hartz vier heute hat tochter roxen ein wichtiges judo turnieren roxen ist ja im linie woher sie eine ehrgeiz hat weiß ich nicht aber erfüllt ihn schon mit stolz zu sehen wie sie es macht sie geht nämlich wirklich an die sache ran und sie hat ein ziel sie will dahin teilnahme an olympia das geht erst 2014 glaube ich im grünen wenn sie das alte hat da muss man mal sehen aber was sie erreicht hat schon sie ist jetzt im fünften jahr hintereinander berliner meisterin sie ist nordostdeutsche meisterin sie ist bremer meisterin sie ist world junior game meisterin wenn man so möchte also sie hat unheimlich viel schon erreicht für sich ist aber in sich selber unheimlich bescheiden geblieben die vielen fahrten zum training und zu den wettkämpfen belasten die haushaltskasse zusätzlich wenn wir zum beispiel jetzt nach bremen oder so fahren weil das ist ja auch ziemlich weit entfernt habe ich dann so ja teilweise so oh gott jetzt machen sie extra das für mich dafür geben sie jetzt das geld aus was sie hätten sparen können zum beispiel für den urlaub aber keine ahnung aber also ich probiere es auch so ein bisschen wieder damit rauszuhauen wenn ich jetzt zum beispiel gewinne oder so und dass sie dann auf mich stolz sind und ja weiter Zurück! Nein, 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 nein! Nuisa hofft! Nuisa hofft! Halten, halten! Weiter, weiter, weiter! Meine Familie ist eigentlich die größte Hilfe, weil sie einfach immer da ist. Sie kommt mit zu Turnieren. Sie unterstützt mich da, selbst wenn ich jetzt verlieren würde, dann ist sie einfach für mich da, nimmt mich in den Arm, tröstet mich oder feuert mich an. Also ist eigentlich immer für mich da. Komm, nimm mal einen Stupf für die Lippen. Schön den Griff durchgesetzt. Aber ich will jetzt nicht gleich nochmal kämpfen. Ich hab noch mal einen, du hast es klein, und du hast jetzt das nach Hause. Und wenn ich jetzt die Trotsrunde mache? Das ist so, glaube ich, auch die erste Trotsrunde kommt prozent. Du hast ganz viel Zeit, du kannst dich aufholen. Aber triff noch einen Stupf. Nur mal ein bisschen die Lippen befeuchten. Nur ein bisschen, nur mal machen. Ganz wenig nur, nur die Lippen machen. Sie kriegt jetzt ein bisschen mal wieder Weißwahn? Ja, jetzt müssen wir mal gucken, hier, der Kanz ist der Gängerin jetzt. Jetzt sieht man natürlich den Erfolg bei den Kindern. Und man zehrt natürlich schon davon ein bisschen. Wenn man einen mitgeht und man spricht mit anderen Eltern, und du merkst die Anerkennung, die da ist, die gilt ja einerseits der Sportlerin sicherlich, aber du kriegst du doch als Eltern mit, diese Anerkennung. Und das wägt schon ein bisschen auf. Und im Großen und Ganzen bin ich natürlich froh, dass du solche Sachen machst. Aber es ist doch irgendwo eine Belastung letztendlich. Die Belastung deshalb, weil das ganze Familienproblem ist ja, der Hauptaugenmerk ist momentan wieder von den Kindern. Roxanne hat es geschafft. Sie steht im Finale des Turniers. Der Sieg in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm ist zum Greifen nah. Wenn ich jetzt so an die Zukunft denke, ist es für uns eigentlich so, dass wir, ich bin nie pessimistisch, immer optimistisch eingeschickt. Klar wünsche ich mir von meinem Mann, dass er jetzt irgendwie einen Job findet, aber für uns ist das nicht so das Wichtigste im Endeffekt. Ja, denn als Familie sind wir glücklich. Meine Kinder sind glücklich. Ich merke, die sind nicht traurig. Die lachen alle, die können ihre Freunde einladen, alles. Und wir verstehen uns. Also unsere Ehe ist intakt, was ja auch sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, wo ja viele Kinder auch in verrotteten Ehen, Familien überhaupt leben. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass wir einfach eine glückliche Familie sind. Familie David aus Saarwellingen wandert aus. Anna und Mirella sind seit langem arbeitslos. Jetzt verlassen sie Heimat und Freunde und ziehen nach Spanien. Dort hat Alain einen Job gefunden. Wie Mirella die neue Wohnung gefällt und wie sie ohne Spanischkenntnisse zurechtkommt, morgen in We Are Family. We Are Family. Ich fahre zur Ausschreibung. Zeig telefoniert. Meine Bewärmung liegt immer noch auf den Tisch. Und der Herr Weber ist wieder nicht mal Hause. Der war Wagen, da heißt er ja. Ich melde mich nochmal bei dem. Der schärfste ist ein Bewerber, der schon da war, der Yang. Ist weg. Na ja, gut. Toll war. Gut, okay. Dann bring du jetzt den Müll runter, damit der endlich weg ist. Und guck mal bitte bei den Kindern nicht, dass da ihre ganzen... Nein, die haben hier Müll. Ach, haben wir schon alles vorgelegt. Haben wir alles nach vorne steht. Haben wir nicht mit ihnen. Und den Katzenmüll bitte auch. Ja, der steht schon vorne. Ach, der steht auch schon vorne. Alles schon da. Und dann guck mal, post das und... Ja. Ja, okay. Und verquatsch dich nicht wieder da unten mit Gerd, unserem Hausmeister. Ja, ja. Super. Also eigentlich könnt ihr mal ein bisschen mehr im Haushalt helfen. Der ist ja nicht so... Ja, eigentlich ist der Freund. Wenn ich ihm sage, bring den Müll runter, ja, macht er ja. Aber das dauert. Und er den dann so runtergebracht hat, na ja, denn... Der ist eben so... Mit Haushalt hat er eigentlich nichts am Mund. Der saugt ja auch mal und... Aber irgendwo... Die Kinder sind schon mal so. Papa, mach doch mal. Papa, warum muss denn Mama immer alles machen? Du bist doch genauso zu Hause. Du bist doch auch arbeitslos. Warum machst du denn nicht? Immer muss Mama. Ja, und... Also irgendwie ist das nicht so schön. Wartieren. Eigentlich helfe ich ja noch zu wenig im Haushalt. Ein bisschen Müll runterbringen ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, gerade wenn man runter geht. Aber ja, was solltet. Ich bin eben so. Familie Pladek hat monatlich knapp 950 Euro zum Leben. Vor Andreas' Arbeitslosigkeit waren Urlaubsreisen oder auch kostspielige Hobbys der Kinder kein Problem. Ich bin so stolz auf, dass meine Kinder auf dem Gymnasium sind. Dass sie das schaffen von der Leistung her, ja. Das sind ja nur hohe Ansprüche. Und ich will sie auch dabei halten. Und dann haben sie natürlich auch irgendwelche Ansprüche. Und ich kann denen teilweise die Ansprüche eben nicht so hoch abbringen, ja. Ich kann denen das nicht erfüllen. Gerade weil wir ja nun erst arbeitslos liegen, bin ich zu Hause als Hausfrau. Ich habe nie gearbeitet in meinem Beruf. Braucht ich ja nicht. Aber Spitzenverdiener, Adäutigkeit verdienen. Und jetzt? Ich sitze mal zu Hause und... Hallo! 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 Willst du die Chance zu ziehen? Na? Na, die haben sogar Alex mitgebracht. Ach, habt ihr einen Gefolgenunterricht? Ja. Die Großzeitestelle. Hast du schon Schüsse gehabt, ja? Ja. Super, und wie war die Schule? Ja. Wie immer. Ganz toll. Tochter Racine, die Zwillinge Roxanne und Vincent und auch Racines neuer fester Freund Alex kommen aus der Schule. Obwohl wenig Geld da ist, sind Gäste bei den Pladex immer willkommen. Da kommt es natürlich auch an, ob dann drei Kinder da sind, da kann ein Freund mitkommen. Manchmal haben wir die doppelte Anzahl da, weil jeder einen Freund mitbringt, dann wird ihm noch ein Stuhl an den Tisch gestellt und ein paar Teller mehr aufgestellt, dann wird ihm... Es geht immer. Kinder! Komm, Pizza machen! So, was wollt ihr überhaupt alle drauf haben? Ach, alles. So, warte mal, jetzt hab ich erst mal Zwiebeln. Was noch? Auch die 16-jährige Racine spürt die Folgen der Arbeitslosigkeit ihres Vaters. Mir arbeitet in meinem Beruf, brauchte ich ja nicht, aber Spitzenverdiener, er dürte ich ja etwa den. Und jetzt? Ich sitze mal zu Hause und... Naja. Hallo! 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 Lass uns die Schuhe auszuziehen. Na? Ja, wir haben sogar alles mitgebracht. Ach, habt ihr einen Gefolgen unterwegs? Ja. Ja. So ist halt die Stelle. Habt ihr schon Schluss gehabt, ja? Ja. Ja. Super, und wie war es in der Schule? Ja. Wie immer. Wie immer. Ganz toll. Tochter Racine, die Zwillinge Roxanne und Vincent und auch Racines neuer fester Freund Alex kommen aus der Schule. Obwohl wenig Geld da ist, sind Gäste bei den Pladex immer willkommen. Da kommt es natürlich auch an, ob dann drei Kinder da sind, da kann ein Freund mitkommen. Manchmal haben wir die doppelte Anzahl da, weil jeder einen Freund mitbringt, dann wird ihm noch ein Stuhl an den Tisch gestellt und ein paar Teller mehr aufgestellt, dann wird ihm... Es geht immer. Kinder! Komm! Pizza machen! So, was wollt ihr überhaupt alle drauf haben? Ach, alles! So, warte mal, jetzt hab ich erstmal Zwiebeln. Was noch? Oder wollt ihr? Auch die 16-jährige Racine spürt die Folgen der Arbeitslosigkeit ihres Vaters. Wenn ich nichts mache, ist mir absolut langweilig und ich fühle mich auch, weiß nicht, so, ja, wertlos so ein bisschen, so, mit mir ist nichts anzufangen. Und für meinen Vater ist es wirklich jetzt schon so lange und wenn man die ganzen Absagen kriegt, jetzt von den Jobs oder so, und deshalb, also es tut mir wirklich eigentlich nur leid. Er wird jetzt nur mal mit jedem Jahr älter und man will halt keine älteren Leute da einstellen und dadurch kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie in den nächsten Jahren anders wird. Andreas Pladeck ist gelernter Zimmermann und hat in den letzten fünf Jahren mehrmals den Job verloren. Unter anderem durch eine Nervenerkrankung an der Schulter, die er sich durch eine verschleppte Grippe geholt hat. Für mich hieß es letztendlich, nachdem ich nach einem Dreivierteljahr eigentlich wieder hätte arbeiten können, also es war wieder so weit, dass ich schmerzfrei war. Zwar war die Krankheit nicht ausgeheilt, aber ich war schmerzfrei, ich hätte wieder Auto fahren können, alles, ich mich wieder erneut beworben habe und überhaupt nicht mehr in die Markei gekommen. Wir sind jetzt leider in die Schiene mit reingekommen, dass wir Sozialgeld 2 kriegen, nennt sich ja Arbeitslosengeld 2, und dass wir in dem Sinne, ja, Sozialhilfe für mich, das ist nichts anderes. Und das, naja, das ist für mich eigentlich nicht so. Da hab ich mir gedacht, da kommen wir eigentlich nie hin. Die Eltern wollen für den morgigen Zwillingsgeburtstag einkaufen. Auch hier müssen sie rechnen. Äh, ja, warte mal, was für ein Kindergeburtstag? Morgen wieder wir den Erdbeerkuchen haben? Na, wir kriegen jetzt Erdbeeren. Ne, die holen wir morgen frisch, oder? Ach so. Ja, doch, ja. Oder wir müssen heute Abend, wenn es günstig wird. Nach 19 Uhr. Wann heute Abend? Heute Abend nicht. Ich muss zum Elternabend, dann tue ich zum Training. Ich klappe heute Abend nicht. Wenn ich für einkaufen gehe, ist es so, dass ich mal gucke, wo kaufst du am günstigsten einen? Welcher Discounter hat jetzt gerade irgendwelche Angebote? Das ist genauso wie beim Gemüse oder beim Obst. Es gibt ja immer noch Preisunterschiede. Und ich meine, der Euro ist ja nun mal leider teurer geworden als die D-Mark. Und da muss ich natürlich doch sehr rechnen, weil wir haben einfach nicht die Anpassung von den Gehältern oder Löhnen oder was wir nun Hartz IV kriegen. Unser Arbeitslosengeld II ist leider nicht die Anpassung da. Und da muss ich natürlich viel auffangen. Nehmen wir Bananen mit, ja? Ja. Ich finde die ganz schön teuer, willst du nicht? Du, dann nimmst du nur drei mit jetzt. Dann nehmen wir jetzt nur drei erstmal mit. Worauf achtet ihr beim Einkauf? Na, jetzt zum Beispiel Bananen sind jetzt bei 1,15. Wenn wir jetzt theoretisch ein bisschen warten, werden sie zum Abend wahrscheinlich wieder günstiger. Und zum Wochenende auf alle Fälle. Bei der Menge, die sie da haben, guckst du, wie viele da sind und ob sie alle verkaufen. Und da kann es dann aussehen, dass sie genauso wie teilweise. Wenn du jetzt abends gehen würdest, stehen an den, so gegen halb acht stehen überall die verpflichtenden Preise dran, dass man im Grunde ja günstiger einkauft. Eigentlich haben wir doch... Die Lebensmittel für die fünfköpfige Familie kosten knapp 150 Euro pro Woche. So, auf manche Leckerlis müssen wir schon verzichten. So ein paar Sachen, was... Zum Beispiel haben sie einmal Montcherie oder so Ferrero-Kürzchen, die sind mir momentan zu teuer. Kann ich mir einfach nicht erlauben. Die lasse ich mir dann schenken, zu Ostern oder zum Geburtstag. Oder wenn die Kinder irgendwie, Muttertag, da kriege ich dann so halt mal. Aber ist nicht weiter schlimm. Hauptsache die Kinder werden satt. Ist wichtig. Zuhause gibt derweil Tochter Racine Nachhilfeunterricht. Fünfmal die Woche bessert sich die 16-jährige so ihr Taschengeld auf. Am besten Schuhe gleich draußen ausziehen. Das ist sonst alles sandig. Ja. Setze ich da einfach schon mal auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Hocker. Ich darf unbequem sitzen. Ja. Meine Große zum Beispiel macht Nachhilfe. Da spart sie sich was zusammen. Und das ist dann so, wo die dann, wenn sie mal was haben wollen, ins Kino gehen. Bezahlen sie davon. Kann ich sagen, mit den Kindern kommen wir ihnen heute mal Eis essen. Ist nicht mehr drin. Wenn ich Sachen kaufe. Na, überlegt sie zweimal. Brauchen sie es? Brauchen sie es nicht. Vincent zum Beispiel. Ich bin ja auch so, ich repariere viel. Vincent ist durch sein Fußball spielen. Seine Knie sind ewig kaputt. Ich setze mich ewig in eine Nähmaschine, nehme irgendwelche Flicken und nähe die wieder auf. Weil ich mir das einfach nicht erlauben kann. Der nächste Morgen. Die Zwillinge Roxanne und Vincent feiern heute ihren 13. Geburtstag. So üppig wie früher fällt der Geschenketisch nicht mehr aus. Jetzt müsst ihr ja eigentlich ja noch ein bisschen rücken. Hallo, wo sind denn meine Geburtstagskinder? Einen Thomas holen. Hallo. Hallo. Morgen. Alles Gute. Mein kleiner Teenager. Und noch ein Teenager. Da habt ihr in eigentlich die richtige Style. Eigentlich bin ich noch 12. Ne. Ich werde das um 13 Uhr noch was? Stimmt. Ja stimmt. Vincent wird ja noch 12 Uhr. Dann können wir ja noch so lange warten, dann machen wir alles wieder zurück. Und wenn er aus der Schule kommt. Ich habe die anprobiert, ich stand da. 14 Tage Socken rutschen. Ich habe sie mir rutschen. Hast du das auch gelesen? Ja, das ist auch schön. Ich will es noch ein bisschen von dir. Das ist super, die sieht ja auch schön aus. Ja, ich weiß ja, was du möchtest, was du haben möchtest. Oh, das ist auch schön. Das ist auch schön. Sag mal, deine Schwester und die Ausgesuchte haben. Schön, oder? Weiter, aber das ist ja am Klappenwässer. Ja, müssen wir. Nein, machen wir Einlegesunde.